Ein HBO Original Ich, Rickon Stark. Ich, Boremund Baratheon. Ich, Corlys Velaryon. Gelobe meine treue König Viserys und seine ernannten Erbin der Prinzessin Rhaenyra. Von den Schöpfern des Welterfolgs Game of Thrones. Männer würden eher das ganze Reich niederbrennen, bevor sie eine Frau auf den eisernen Thron setzen. Die neue Serie House of the Dragon in Doppelfolgen. Heute 20.15 Uhr pro 7. Oder jetzt vorab streamen auf Join.